Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom classic projekt auf der provence mit dem tiger farm du wolltest du probierst jetzt noch mal dieses tmr geschichten ging hier ja das hat aus ja guck mal hier da gibt es noch so einen angefangenen strohballen ja und jetzt schon dir unten ist er da oh gott ja warum ist denn hier die ballen gabel so hässlich die ist ins gitter reingerutscht hoffentlich kriegt man die wieder raus wenn ich muss man sie zurücksetzen und ich werde mal mein glück probieren hier mit den ballen das problem jetzt muss das restliche stroh hier raus bekommen kannst du nicht einfach instinkt ich habe schon dann fliegt mehr rein Wir müssen nämlich so langsam mal... Nein! Ballen wurde gefallen. Wo soll ich das restliche Schuhe denn hinkippen? Irgendwo auf dem Hof, wenn das geht. Ja, okay. Einfach, dass es ein bisschen... dass es nicht im Weg liegt. Jo. Also, ich werde hier einmal schnell, hoffentlich relativ schnell, die Ballen aufsammeln. Gibt es eigentlich keinen alten Ballensammelwagen? Äh... Keine Ahnung. Da ist schon... Das wäre mal noch so ein Mod, der interessant wäre. Ja. So. Eigentlich wollte ich jetzt das Stroh hier noch runterballen. Das ist ein L... Ne, mit R geht das, gell? Es lädt schon wieder so. Ja, wahrscheinlich wegen dem Ballen. Also, in der Ammergauer Alpenwerp habe ich immer drei Ballen auf einmal geladen. Aber hier habe ich irgendein Schiss davor. Welche Ballengabe hattest du denn da? Äh, auch die hier. Die ganz normale Stoll. Okay. Zumindest zu Beginn. Ich habe die super Idee, ne? Ich habe das ja jetzt, das rassliche Stroh hier ausgekippt. Und das ist jetzt hier so lose. Ja, stimmt. Kann man auch mit. Wenn du... Geht mit die Schaufe und kippen. Dann könnte man das einfach immer irgendwo hinkippen. Äh, und... Dann in den... Wagenladen. Ja. Geht natürlich auch. Ähm... Und dann fahren wir mit dem Teil her. Ja. Dann werde ich mal gleich... Einmal in Heu reinhauen. Ja, dann packe ich kurz... Äh... Ich mache erst den Strohbein. Da rein. Nee, den... Achso. Nee, den würde ich am Ende reinmachen. Oder? Nee, machen rein. Ja, ich meine, ich habe ja jetzt hier, äh, loses Stroh in der Schaufel. Ah, ja. Ich wollte, äh... Erstmal den Ballen reinmachen. Aber macht nicht wieder zu viel, dann, gell? Ich glaube, wir brauchen nur 2000 oder so mehr brauchen wir davon gar nicht. Mal sehen, wie viel im Ball... na... im Ball noch drin ist. Ich meine, das waren höchstens 2000. Ah, wenn ich an die Gabel da reinkomme. Naja. Ist halt ein bisschen buggy. So. Halt hier noch auf. Irgendwie, wenn wir da dran kommen. Ah, andere Seite. So. Nein. Guck mal. So, dann habe ich die Strohbein gleich abgeladen. Das ist gut. Ich kann sie ankoppeln. Ja, das funktioniert. Gut. Ja, wäre es nicht so gewesen. Jetzt steckt sie, glaube ich, noch ein bisschen in der Wand. In der Wand? Ah, ja, ich glaube... Warte wenigstens. So, äh, ab wieviel Uhr gehen wir eigentlich schlafen? Was machen wir denn? Hm. Also bei der Challenge haben wir 21 Uhr. Ja. Ich würde hier vielleicht 20, 30 oder 20, sowas schon machen. Okay. Ja, können wir gerne machen. So, dann stelle ich mal kurz die Anhänger hier weg, weil... die Strohbeinchen hier so nahe, da brauche ich erstmal keine Anhänger. Äh, 2300 hat der jetzt noch. Okay. Oh, ich habe ja... Oh, wenn das geht, Alter, dann können wir hier locker eigentlich vier Ballen transportieren. Ich kann den Ballen, äh, nur auf eine Zinke von der Gabel machen. Äh, soll ich dann erstmal zur Tür kommen? Für Heu? Ja. Dann ballere ich dich kurz vor. Ja. Ja. Ähm. Ja, ich nehme einen, der draußen liegt. Jo. Ja. Ja. Guck mal, dass der Sechserballenstapel nicht umfällt. Ups. Zu euphorisch. Ähm. So, du hast jetzt 2000 Stroh drin. Hallo. Wie bitte? Das war gut. Oh, ist die Verbindung vom Disco, das wird so schlecht. Oh, Gott. Okay, wie sieht's jetzt aus? Äh. Mehr? Ja, ich verstehe. Bei mir ist die Verbindung gerade abgekackt. Hallo, Discord. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr Heu, oder? Beigefahren? Ja. Beigefahren? Ja. Komisch. Okay. Hallo? Nein, bei mir steht Discord. Jetzt. Hallo? Discord braucht irgendwie zu lange zum Connecten. Und? Ja. Na Instituー. Ja. 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 Nee. Ja. Ich finde, das ist ein guter. Nein. Ja, das ist natürlich doof, dass jetzt das Gott aufgegriffen ist. Ja. Also Discord scheint gerade nicht fähig zu sein, gute Verbindungen aufzubauen. Das wundert euch nicht, dass ich manchmal einfach so leist bin heute. Aber das Ballenstapeln, das braucht ein bisschen Konzentration. Nein. Ja. 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 So, Discard ist tot, dann müssen wir halt hier... Ah, jetzt? Jetzt steht verbunden da, allerdings rot. Ja, jetzt verstehe ich wieder rot. Ich höre dich schlecht. Oder? Gucken wir mal, vielleicht... Jetzt steht wieder verbinden dort, verbunden, aber rot. Soll ich auch. Ja, ich weiß nicht, was bei Discard los ist. Ah, Discard bind, Mann. Ja. Du probierst auf jeden Fall mal die Silage noch rein zu machen, oder? Ja. Okay, dann hoffe man, dass das funktioniert. Ach stimmt, ich wollte ja gucken, ob ich das so anders transportieren kann. Ich höre dich jetzt auch nicht. Ja, ich höre dich auch nicht gut. Elektrisch. Ich höre dich auch nicht. Das ist eine Kacke. Ja. Ja. mal zwei bein transportieren kann weiß aber nicht ob es klappt nur alter nein äh soll man schlafen gehen? äh ja bis sechs wieviel Stunden hast? zehn zehn? ja warum will ich das nicht? tausend euro bist du auch irgendwo im untergrund? bitte? warst du auch irgendwo im untergrund? das verstehe ich nicht warst du auch irgendwo unterhalb der map nach dem schlafen? nö ich bin irgendwo unterhalb der map gewesen da das Gras ist hier schon wieder gewachsen äh oh ja das fällt das 1 ist in der vorletzten Stufenwunten fällt verdienen ist in der äh ich glaub verdrücken ja aber gedüngt sind ja alle von denen her passt ja so das geht alles ein bisschen zu langsam hier mit dem Ballen äh ich bin ja versucht dass man doch irgendwie ich glaub nicht doch einen Ballenladewagen nehmen also so einen automatischen ja ich muss ganz ehrlich sagen sonst bin ich hier vier Folgen lang mit Ballen äh ich bin jetzt auch nie blöd beschäftigt ich probier zwar mein Skill weiterzuentwickeln aber ich weiß auch nicht wie gut das klappt also jetzt ist es auf jeden Fall schon guter also jetzt ist es auf jeden Fall schon guter ja ja Futter hatten wir ja schon ja ich ich glaub wir haben das Mischverhältnis jetzt ein bisschen besser getroffen mit dem weniger Stuhl aber wie aber jetzt zeigt sich tml an ne ich bin ja noch nicht fertig ah ne das war auch nicht ich glaub ich bin am schnellsten wenn ich wirklich nur zwei Beine ne ich bin am schnellsten wenn ich gar kein Bein verlade ja toll das ist aber nicht gut für mich hm das ist GmR ist es? ja war noch nicht voll ok vollkommen so mhm so wir sind schon wieder am Ende der Folge schon wieder ja krass wie schnell das immer geht ja furchtbar leider nur am Ballen auf aufheben ist ja dann hat man das Gefühl man hat gar nichts geschafft und ich hab kurz die Lage daneben gekippt nein doch das gute teure zeug das hab sogar wieder aufgesammelt es gab so ja ist mir nicht voll das wird ein Mischer eigentlich sollte man die Ballen einfach irgendwo hinwerfen und fertig so liebe Leute wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da am besten alles und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder um 14 Uhr auf der Challenge vom Zwei-Sternhof oder um 16 Uhr beim Classic Projekt auf der Provence bis dahin machts gut Ciao Ciao